Hey Leute, willkommen zurück zu meinem Kanal. Du willst online nebenbei Geld verdienen und das am besten ohne großen Stress? Dann bist du hier genau richtig. Heute zeige ich dir 5 einfache Möglichkeiten, wie du online nebenbei Geld verdienen kannst und das ohne riesige Investitionen oder Vorkenntnisse. Nummer 1 – Online-Umfragen und Geldverdien-Apps Es gibt viele Plattformen, bei denen du für das Ausfüllen von Umfragen oder kleine Aufgaben bezahlt wirst. Websites wie Swagbooks, Toluna oder Meinungsstudie bieten dir die Möglichkeit, in deiner Freizeit ein paar Euros zu verdienen. Klar, du wirst damit nicht reich, aber es ist ein super einfacher Weg, um sich ein bisschen Taschengeld zu verdienen, während du Netflix schaust oder im Bus sitzt. Nummer 2 – Freelancer-Arbeit Hast du spezielle Fähigkeiten wie Grafikdesign, Schreiben, Programmieren oder Übersetzungen? Dann kannst du auf Plattformen wie Fiverr, Upwork oder Freelancer deine Dienstleistungen anbieten. Der Vorteil hier ist, dass du die Arbeit flexibel gestalten kannst, perfekt, wenn du nebenbei Geld verdienen möchtest. Nummer 3 – Affiliate Marketing Du hast eine Website, einen Blog oder einen gut besuchten Social-Media-Kanal? Dann ist Affiliate Marketing eine super Möglichkeit für dich. Dabei empfiehlst du Produkte oder Dienstleistungen und verdienst eine Provision, wenn jemand über deinen Link etwas kauft. Du kannst dich ZB bei Amazon Partnernet oder Affiliatenetzwerken wie Avin anmelden und loslegen. Nummer 4 – Dropshipping oder Print-on-Demand Bei Dropshipping kannst du Produkte in deinem Online-Shop verkaufen, ohne diese selbst lagern zu müssen. Das bedeutet, du kümmerst dich um die Vermarktung und der Lieferant erledigt den Rest. Bei Print-on-Demand kannst du deine eigenen Designs auf T-Shirts, Tassen oder Poster drucken lassen und online verkaufen, ebenfalls ohne Lagerbestand. Plattformen wie Shopify oder Printful machen das extrem einfach. Das waren meine 5 Tipps, wie du online nebenbei Geld verdienen kannst. Egal ob du nur ein kleines Zubrot willst oder vielleicht sogar langfristig mehr daraus machst, es gibt für jeden eine passende Möglichkeit. Schreib mir doch in die Kommentare, welche Methode du ausprobieren wirst oder ob du schon Erfahrungen damit gemacht hast.